Komm rein. Da steht was. Maschallah. Sind alle Maschallah glücklich hier? Wird gestaub saugt, Karate gekämpft hier. Pianert Moschee hier in Nürnberg. Bitte? Mein Bruder und meine Cousine. Okay. Schön, meine Kinder sind groß. Ihr seid noch jung, die waren auch so klein wie ihr. Ich war so alt, bin nach Deutschland gekommen. Ja, ich bin neun Jahre. Ja? Ja. Okay, Maschallah. Welche Klasse gehst du, Hamar? Zweite. Zweite Klasse, Maschallah. Ja. Hast du Deutsch gelernt? Deutsch? Wisst. Wisst. Was willst du mal werden, Inshallah? Was? Arzt oder Architekt? Arzt. Arzt, Inshallah, ja. Allah sei mit dir, Inshallah. Okay.